ARD Text im Auftrag von Funk Katrin, äh Katrin ist safe, Impostor Kann der, der soll rausnehmen, und der kann sich nicht üben Ja, äh, die Leiche liegt in, äh, Elektrischen Und ich habe, ich habe noch einen rauswenden sehen, aber ich kann nicht sagen, wer es ist Also, warte, warte, also irgendein, den ihr in der Nähe von Security, Reaktor oder Tutan, Warne Mad Bay, Mad Bay habt ihr diesen Sass auf jeden Fall Ja, dann sage ich, Chris, ich habe schon Wort Ich will bloß sagen, wir haben uns gut Hey, Junge Wer, wer, wer war denn jetzt in der Nähe von Mad Bay, äh, Security oder Reaktor oder Hapa, Lower Engine Mad Reaktor Ich kann mich versichern, dass ich und Eline Eline, Alter Eline, Alter Ey, Eline Eline Ja, Jax, ja Ja, sag was Er war bei Reaktor Ja Tutan Er war bei Reaktor Ja, der stand bei Reaktor, ich bin gerade oben Tutan, was kannst du dazu sagen? Ich wollte ja gerade diese komische Task machen und ich habe nicht gewalt, wie das funktioniert Ach, keine Ahnung Ich muss sagen, er stand oben Tatima Tutan Und dann kann ich auch mit dem Haus Es hat mich nicht mal gewohnt und ich habe mich nicht mal gewohnt Ja, moll So, Freunde, der erste Kerl ist es Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, er ist mit Lamborghini rübergefahren. Also Don sagst du? Monte. Ist so, Monte. Ich bin mit Tutan die ganze Zeit rumgelaufen. Wir waren zusammen im Storage und mussten den Tank da auffüllen. Warte, 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 ihr war zusammen? Ja, wir waren zusammen, der Don und Duda. Wir waren zusammen im Storage den Tank auffüllen. Warum sagt jetzt Hypex, dass das Don war? Also Hypex, dann hättest du das Jahr Tutan auch sehen müssen. Ja, Moin, Dollars raus, Ehre. Ich habe ganz ein Task gemacht. Ich skippe erstmal, ich skippe, ich weiß es nicht. Ich skippe. I don't know. Dann habe ich irgendjemanden vorbeilaufen. So, Freunde, noch ein Double Kill. Und dann haben wir die... Ich bin nur enttäuscht, dass du es nicht warst, sondern Jacks. Nee, ich wollte, ich habe die extra nicht gekillt, Trodl, auf Ehre. Weil er kam, er kam ja zu mir. Er kam ja zu mir und, und hat so gesagt, so nach dem Motto, ja, ne, let's go. Ähm, Double Kill, weil ich habe gesehen, dass da zwei waren und ich habe die extra nicht geduldet. Es ist kein Grund, warum ich das mache und zu versichern, dass ich nicht bin, okay? Ja, das, äh, pff. Ja, auf jeden Fall. Also, nächste Runde, Freunde, bin ich auch keine Poster, ich mache... Ja, wir haben gewonnen. Hahaha, Jacks, Alter, bumm. Wir haben einfach so gewonnen. Wir mussten immer viel machen, Alter. Was für ein geiles Double Kill war das. Gut, Leute, ich habe endlich mal gesagt, Doppel Kill in der Cafeteria. Ja, ja. Und Christoph sagt dann, Reaktor standen aber ganz viele. Wie gesagt, ihr Leute. Bam. Nein, er hat Reaktor gesagt. Ich habe Reaktor gesagt. Ich habe Reaktor gesagt. Digga, dieser Double Kill, Jacks, ich habe genau gecheckt, was du von mir wolltest, Alter. Ich habe dir aufs Camps reingesagt, komm mit, wir killen die beiden, Trodl, und komm mal raus. Weg, GG. Geile Runde, Bam. Ich bin enttäuscht, dass Jacks mich golde und ich küsse. Ne, ich habe gerade im Stream gesagt, aber extra nicht, weil du warst ja sonst auch immer lieb zu mir und in diesem Stream und deswegen habe ich... Ja, ja, ja. Ja, das war echt eine geile Runde mehr. Na, danke fürs Zuschauen. Na, danke fürs Zuschauen. Na, danke fürs Zuschauen.